Fichtenholz-Zaun. Fichtenholz-Brä. Brrä. Vor allem, das muss ja nicht heißen, dass das hier so bleibt. Vielleicht dreiß ich das ja auch alles wieder weg hier. Was? Wie sieht das denn aus? Wieso machst du, wieso machst du unten nicht einen Holzrahmen? Oder, oder, was weiß ich? Holzrahmen? Oh, ne. Naja, bau du mal. Du machst das schon, Mädel. Ich weiß, ich mach das schon. Die Tür sieht doch geil aus, oder? Ist sie nicht modern? Wunderhübsch. Du musst auch schon gucken. Du... Du machst das nicht wieder überdimensional, ne? Oh, schade. Der Park ist aber nicht gerade alter Tum. Klar. Der ist modern. Echt? 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 Ich hätte diese Moos-Steine genommen. Das kannst du doch mal. Nee, nicht, nee, der... Ich lauf durch die Blumen. Ey. Ey. Ey, was ist das für ne Bank? Aber du weißt, was damit gemeint ist, ne? Ja, was denn sonst? Das ist ja voll unsymmetrisch. Sag mal, wie viele Bänke willst du hier noch bauen? Hallo? Hier wohnen ja auch ein paar Leute, ne? Naja, ich mein, bis jetzt sind zwar nur wir hier drin, ne? Kannst du noch mehr... Kannst du noch mehr Paks bauen? Noch mehr Paks? Nein. Okay, ich baue noch... Ich baue noch einen Paks. 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 Und wie weißt denn, wenn wir noch einen Strand bauen? Da habe ich ja noch die Idee. Einen Strand? Nein. Boah, ist ja voll langweilig hier. Fichtenholzbrenne. Was ist denn das hier? Wieso funktioniert denn das hier nicht? Ach ja, was gibt ich hier für die Schiebs ein? Oh, nicht, dass hier meine... Nicht, dass hier meine Tastatur langsam den Geist aufgibt. Äh, fuh. Ho, ho. Also hier ist strommüssig, akkumüssig. Guck mal, was ich für ein geiles Dach baue. Das kannst du nicht. Oh ey, das sieht ja Hammer aus, ey. Du hast noch nicht mal geguckt. Doch, hab ich. Liebe Zuschauer, hat Papa gerade geguckt? Aber sie sche dat sie sche. Aber sie cherniert, aber sie cherniert. Herrgern. Nr. Hm, 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 hm. Hä? Hey, das wollte ich machen. Ja, ich weiß. Ich habe ja gesehen wie du da gerade stillgestanden hast. Ja, was denn? So, also bei mir sieht es normal aus, wie du dich bewegst. Ach so, du machst ganz genau, Baby. Aber ich hätte nicht diese Steine genommen, die sind so unrealistisch. Du erzählst einen Müll. Nein, nein mache ich nicht. Na sicher. Ich mache aber ein Zwei-Etagen-Haus, ne? Gleich das erste Ding muss gleich so ein riesen Ding sein, ne? Ja. Ach, Emi. Ich würde sagen, eine Reihe mache ich noch. Oh, ich habe etwas Unsymmetrie drinnen. War es denn bei dir? Äh? Bei dir, oder? Ja, ich glaube schon, oder? Ne, oder das ist gerade, oder? Warte, ist das? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bist du einen drüber gegangen über die Kante, ja, ne? Ja, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut. Dann mache ich hier die Spitze. Du musst aber noch einen rauskommen hier, ne? Wieso das? Also hier. Ja, weil das besser aussieht. Was muss ich denn noch machen? Du, wir können gerne aufhören, dann mache ich alleine weiter. Nein! Siehst du? Nein! N-I-N? C-S-I, Miami. N-C-I-S. Hände hoch. Oder Hosen drunter. Äh. So, dann mache ich jetzt ausnahmsweise weiße Wolle rein. Ach, echt? Ja, weil weiße Wolle da einfach geil aussieht. Vor allem, wenn wir irgendwann mal den anderen, die andere Textur haben. Vielleicht lasse ich damit auch noch ein kleines Löchlein. Oh, ich mach das! Was ist das denn? Ich mach das! Tippst du das jedes Mal neu ein, sag mal? Nein. Warum dauert das so lange? Hm, ist mir egal. Warte, 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 warte. Wieso, ich brauch doch nicht lange. Ich hab das schon, das neue. Ja, aber du musst doch nicht dauernd eintippen. Natürlich. Nein, du musst bloß einmal die Falltaste nach oben drücken. Ich weiß. Bloß, ich hab davor einen anderen Cheat eingegeben und deswegen ging das nicht. Ach ja? Was hattest du denn vorher für einen Cheat? Für einen Shit? Worum das denn? Ich wollte dich killen. Ja. Hahaha. Dann weißt du aber schon, dass ich die Aufnahme beendet hätte, ne? Wirklich? Ja, na sicher. Cool. Nein, wäre nicht cool gewesen, aber... Können wir gerne ausprobieren, ob das cool ist. Nein! Okay, ich find das nicht cool. Ich find das voll uncool. Papa, mach hier oben doch Glas rein. Ui! Nein! Das bleibt offen. Das ist ja voll langweilig. Du, Emi, wenn ich das noch einmal höre, dann mach ich die Aufnahme aus und dann ist Schluss hier für heute. Nein! Ja, dann hör auf, so ein Quatsch will jetzt hin. Ich nimm das alles zurück, was ich gesagt hab. Hast gehört? Ich nimm das alles zurück. Hm. Du, wenn dir das langweilig ist, dann hab ich doch gesagt, zieh auf eine andere Insel, mach dir die da platt und baue das, wozu du lustig bist. Nein, ich möchte mit dir bauen. Ja, siehst du, dann halt deine Backen. So, was warst du hier? Oh! Was hast du gemacht? Ich hab grad das Schaf getötet. So! Ich hab schon drei! Ja, ja. Du. Oh, der tötet ja, du. Ich muss niesen. Dann musst du's tun. Okay, nein, 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 das war kein Niesen. Ach, nee. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst, du. Oh, wirklich? Nein. Nein. Wenn ein Schaf im Weg ist, sag mir Bescheid, ich töte es. Ich bin ein Massenmörder. Du erzählst einen Müll. Nein, ich könnte niemals Tiere umbringen, in echt. Und in unecht? In Minecraft könnte ich das. Weil die Tiere ja nicht echt sind. Nein. Was gibst du da ein? Gar nicht gebe ich ein. Willst du etwa Kill ein? Willst du mich etwa töten? Ach, Emi. Hör auf, so ein Quatsch zu erzählen, Mensch. Ich mach's doch nur. Ich weiß, du machst bloß Konservation, ne? Hä? Ich bin wirklich beschuldigt. Hä? Das sieht doch kacke aus. Was sieht kacke aus? Nee. Was sieht kacke aus? Ah nee, ich weiß jetzt, wo das Fälle ist. Soll ich das ja auch mit Stein machen? Ja. Ich mach das mal lieber mit Stein. Ach, Emi. Was denn? Du erzählst einen Müll. Dann kannst du nicht, oder? Ach nee, das sieht kacke aus, oder? Ja. Ja, wo bist denn du? Die Stadtmauer. Ach, da. Das sieht... Ja, das sieht sehr kacke aus. Alles wieder abbauen. Was denn? Hab ich was gemacht? Nein. Ich muss wegen dem abbauen. Und so? Das sieht aber auch kacke aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt sieht das geil aus. So. Ich bin etwas heiser, Papa. Echt, Emi? Jetzt sieht kacke aus. Sieht das jetzt gut aus? Ja. Nein, das sieht kacke aus. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber... Ja, dann mach ich die Reihe hier wieder weg. Nein, warte mal. Was? Wo bist du denn überhaupt jetzt? Vor dem Haus. Ach, du bist denn gerade rumgelaufen. Nein, warte mal. Du machst das anders. Guck mal. Du machst einfach... Den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Den weg. Du sollst doch nur das Dach rausziehen. Nicht das Ganze. Das ist doch hier... Hauswand hier. Guck mal. Das ist doch Hauswand. Ich mach keine zweistöckige. Trotzdem. Mach das bitte zur Hauswand. Egal, ob du einen Zweistöck machst oder nicht. Weil das würde besser aussehen. Mach mal da jetzt Stein rein. Hab ich schon. Das sieht aber kacke aus. Nein, das sieht gut aus. Ne, nicht da vorne. Ja. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ja, okay. Hm. Hm. Das sieht auf jeden Fall besser aus, als das da vorher mit dem Holz. Das einzige, was du noch machen kannst, ist vielleicht... Ne, das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Ne. Ja, dann mach... Dann Bauwart anderes. Nein, 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 nein. Dann nehme ich jetzt ein Feuerzeug. Ein paar Steine können nicht brennen. Aber das Dach. Oder einfach nicht. Doch. Siehst du? 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 Ja. Außer nervig sein? Nö. Dann erzähl. Wo hast du ihn her? Von dir. Du hast einen Witz von mir? Hm. Ging ein Junge zu seiner Mutter und fragt, Mama, Mama, darf ich mit meinem Opa spielen? Und dann sagt sie mir dann, nein, der Sack bleibt heute zu. Hm. Den hast du mir erzählt und dann hast du die ganze Zeit abgefeiert. Ja, aber ich weiß nicht, ob das... Ich weiß aber noch nicht, ob das nur unbedingt ein Witz hierfür war jetzt, aber naja. Ich lass das mal gelten. Dann erzähl lieber den anderen mit dem... Mit dem... Mit dem Gelee. Hä, wie ging der? Mama, Mama, kriegen wir heute noch einen Teller Gelee. Okay. Weißt du das nicht mehr? Nee. Nein, du weißt doch, Opas Knie altert nicht mehr. War nicht lustig. Na, aber garantiert lustiger als das mit dem Sarg. Nein. Du hast hier ein... Äh, äh, ja. Nein. Oh Papa, das sieht kacke aus. Mensch, dann mach was anderes. Nein. Ich will doch auch einfach nur... Paul. Amy, hör jetzt auf mit dem Quatsch. Ist doch gut. Du wirst mal nicht pumpig, du. Ah, ich weiß jetzt was ich mache. Ich hab ne Idee. Ich hab ne richtig geile Idee. Ich hab ne richtig geile Idee. Hoffentlich gefällt sie dir. Was war das? Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein. Also... Ja, das hast du doch gehört. Es war draußen. Vielleicht ein Auto. Ich hab jetzt ne richtig geile Idee zum Haus. Fürs Haus. Kuhl. Ja, ne Kuhl. Ja, ne Kuhl. Jaja ... Hahahaha ... what. Ja, ne Tรntauf vor ... Tonek. Oh. Tonek. 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 Nein, ich habe es eben fast zu weit gebaut. Was ist das? Ich habe gerade unter Wasser geredet. Das ist der Wendeziehen, hätte ich ja auch mit dem World Edit machen können. Ja. Aber nee, wir wollen mal hier nicht allzu doll bescheißen. Nö, ich bin schon groß und viel. Rauche und trinke viel Caillou, Caillou. Was ist denn den Quatsch hier? Äh, ja, von den Jungs aus der 6C. Was sind das denn alles für Bekloppte? Das werde ich denen lagen und dann kommen die zu dir nach Hause und wobei ich dann von was gebe. Stress. Nein, nein, ich war ja damals auch mal klein. Ich bin schon groß und viel sauber und trinke, nein, rauche und trinke viel Caillou. Das ist ja doof. Wir bringen das hier. Hm. Okay. Dann weiß ich wie. Ich mach. Ja. Ja. So. Eins, zwei. Zack. Und... Zack. Zack. Na. Zack. Mach ich doch gar nicht. Das sieht voll geil aus, oder? Na wunderbar. Guck mal die Spitze an. Machst du jetzt hier Fuck Your Güte Deutsch, oder was? Wieso? Hm? Wieso? Weil die da auch immer so Geräte, Geräte, weil die da auch immer so Geräte tappen. Oh, Herr Müller. Sind sie geboilerleint, oder was? Ja, bellkousi. End quote. Włos der Metallischeuhigung hat.